dann schauen wir mal was hier hinten noch verborgen ist ich hoffe wir haben uns alles mitgenommen hast du gar keinen trank mehr? doch da weil dein leben auf halb ist naja das passt schon schau mal wo 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 alles klar du zittest noch meilenweit weiter? ja das ist das ding ich hoffe es ändert sich jetzt noch in der letzten zeit wird da immer so warm das ist nur weil es warm ist wahrscheinlich war schon so viel beansprucht hast du ja ganz schön hergeholt ich war fast den ganzen Tag nicht droht ich habe bloß ein bisschen sims gespielt ich meine es zusammen mit meinem Rändern ja das war der Ränder ne was umkautet ist das zusammen oh na was bist du da? hast du deinen Kumpan eigentlich dabei? den habe ich immer dabei oh jetzt hat er mich schon wieder erwischt geh bei Ruhe ich komme ganz in konzentrieren wenn du so ein Quark lauest nein 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 es ist Quark es war Tatsache ich weiß ich habe dich auch lieb das sagt alles oh man das ist so warm es ist allgemein so warm ich bin krank Deine Melodie könnte man gut einschlafen. Bitte? Schön entspannend. Lauf! Hallo! Ein schlechter Moment zum Rückeln. Ja ohne Scheiß. Hauptsache das Viech ist so schnell. So, das wäre erledigt. Was denn? Ausdauerscheiße. Ach da. Was ist das? Krankheitsheilung. Warum warst du krank? Die hat die Ausdauer. Diese zweite Balken geht ja, gell? Das ist Ausdauer. Das entscheidet darüber wie lange ich laufen kann. Wenn ich diese Krankheit hab von denen, dann bin ich halt, geht das doppelt so schnell und ja, das ist scheiße. Und das regeneriert sich halt so schnell. Das heißt es ist doppelt scheiße. Ah, okay. Hauptsache erstmal einen auf den Arsch klicken. Und hauptsache den interessiert das nicht. Warum? Der hat doch volles Leben. Warum hat der volles Leben? Weil der Arsch ist. Und mir die ganze Zeit kämpfen lassen. Ende Mai. Der mag die nicht. Und dann müssen wir jetzt gleich hochschauen, ob irgendwer da herkommt oder nicht. Da vorne ist der anders. Was ich doch. Das war die Klasse. Das war die Klasse. Das sind die Wölfe im Wald, die man herunterhört. So. Das wäre erledigt. Wo hast du da Hunde? Ich höre gar keine Hunde. Also leichtes Heulen immer. Also Wölf. Wolfsgeheulen. Ja, das war jetzt schwer. So. E5. Oh, meine Nase. So. Ach, genau. Da. Da. Oh, mein Gott. Das war's mit dir, du Mistvieh. Mistvieh. Ah nein, mein Trawler. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ah nein. ein insektoid riesiges ding gibt es auch schon seit naja das ist eher so ein insekten gottesanbieterin ja so ein insekten scheiß arschvieh das ist richtig ätzend mein crawler so jetzt in der ecke jetzt kriegt das problem ist dass sie viel blocken kann ja praktisch halt erst mal durch die wand oder war mission fertig doch schwere truhen da ist glaube ich noch etwas besonderes drin assassinmesser das ist ja voll cool moment stärker und ob das bräume mit mehr orgtöter schutz vor geschossen schutz vor geschossen 30 da ist noch ein bisschen was ist draußen ich will so noch ein scheiß auch mein gott mehr fällt nicht komm wie wichtig dass der blümmern kann eine schaufel grundstöcke grundstöcke das brauchst du um permanente tränke zu braun sein der wichtigsten ja die sind gar nicht so lustig wenn du sie anschießt dann rasten die voll aus am anfang kannst du locker von den sterben dann würde ich dir raten sie jetzt nicht anzugreifen das werde ich auch bestimmt nicht tun was müssen wir jetzt eigentlich machen jetzt kann ich nach redukt zurückgehen oder ich sowas mal diese wurde auch der auftrag geben dass sie auch ich habe es noch nicht angenommen auch patrouillen zu töten die manche eigentlich nicht töten noch gott ich muss jetzt mal etwas ausmachen aber sonst ruckelt sowieso klar moment bis gleich bis gleich Kann's denn nicht lange dauern? Leute, es ist unbekannte Kraft! Mach keinen Unsinn, Framder. Sonst werden uns die Orks bestrafen. Was machst du hier? Ich bin Sklave der Orks. Ich arbeite für Sie als Holzverlauf der Moviere. Ich schufte mit einem Rückenkrumm. Dabei bin ich doch Schmied. Ich fange mal auf. Aber als Schmied zählst du bei deinem Orks nicht viel. Wenn du nur ein Mensch bist. Du bist sch... Sir, tut mir leid, dann besorgt mir einen. Verstehe. Leute, es gibt einen Kamm! Du wachsinnest, mich zu schlagen! Zeig es ihm! Versuchst du hier, Mora? Sollte, ich will für dich hoffen, dass du schon einen Besitzer hast. Denn sonst gehörst du jetzt mir. Ich will euren Sklaven da draußen haben. Du hast gar nichts zu wollen. Du wirst mir jetzt Rede und Antwort stehen, Mora. Ich muss gehen. Mein Besitzer wartet schon auf. Dann geh ich schnell und komm nicht wieder. Ich werde dich im Augen behalten, Mora. Wie ihr, du hast mich angelogen? Super, jetzt ist mir gerade aufgefallen. Ich habe jetzt einfach weitergeredet, ohne dass ich das Mikro an hatte. Es tut mir sehr leid. Habt ihr gesehen, was passiert ist? Naja, ich habe gerade eben eigentlich nur gesagt, das ist das Ende von Copper. Und dass Lara sich verabschiedet hat und ich frisch ausgeschnaubt bin. Das ist schon mal sehr gut. Sonst ist ja noch nicht viel passiert, Gott sei Dank. Ja, jetzt passt schon. Was machen wir denn jetzt? Schauen wir mal. Rebellenbrauen, Ding, Falke. Schauen wir mal. Ich werde mal nach Kapdun schauen. Darüben sieht man schon die Wüste überrannt. Oder ist das die? Ja, das ist warrannt da drüben. In der Ferne. Sind nicht diese einsamen Wölfe da? Wenn die so. Hungriger Wolf, genau. Ja, ruckel, ruckel. Ich rette dein Leben und du greifst nicht an, du scheiß Gavinger. Dafür kriegst du jetzt eine auf die Fresse. So was haben wir gern, ne? Ich habe irgendeine Ernst, dass ihr mich kelt. Ich weiß auch nicht. Ich habe zu viel erreicht, ich will noch nicht sterben. Giga ist Hals umgedreht. Noch mal Wölfe. Hätte, glaube ich, diese Jägerkleidung die Ecke in der Küste für. Da. Der, der. So, Oksorgen. Oh Gott, jetzt fängt das schon wieder an. Ja. Ja. die ich mir mal auf das ist sogar pfeiler scheiß drauf beide die ich habe mich lieber nix das sind treiben habe ich überhaupt wieder den punkte sehen ja passt ja nein 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 ich werde jetzt noch zu diesem schrein gehen wir müssen leben holen gewähre mir lebenskraft schon mal etwas ja und bevor mit den quatschern speichere ich jetzt aber es hat echt keinen sinn einfach beim nächsten mal weiter und dann ist das jute schön speichern ja ich hoffe es klappt dann besser finde ich jetzt schade ich jetzt gern mehr gespielt naja gut alles dann bis zum nächsten mal ciao